Mandy Capristo und Mesut Özil, darin sollten wir uns zu langsam gewöhnen. Aus anfänglichen Gerüchten, die bereits seit 2010 in diversen Klatschmedien kursieren, scheint mehr zu werden. Mandy ist jetzt schon seit längerem in Madrid und das nicht nur wegen des schönen Wetters. Die neue Liebe scheint eine positive Wirkung auf Özil und Real Madrid auszuüben. Mandy verleiht Madrid und Özil Glanz. Die neue Liebe scheint Mesut Özil zu beflügeln, was vor allem die Verantwortlichen und Anhänger von Real Madrid freuen durfte. Beim jüngsten 5-0-Sieg über Valencia war unser Nationalspieler der beste Mann auf dem Feld und wurde von der spanischen Presse in den höchsten Tönen gelobt. An allen fünf Toren war der frisch verliebte Özil beteiligt und ließ eine Leichtigkeit auf dem Platz aufblitzen, wie wir es lange nicht mehr von ihm gesehen haben. Die Liebe zur früheren Monose-Sängerin Mandy Capristo scheint Özil und Real Madrid gut zu schmecken. Nachdem der FC Barcelona am letzten Wochenende seine erste Niederlage einstecken musste, konnten die Madrilen den Abstand auf den Tabellenführer verkürzen. Zwar sind es immer noch 15 Punkte, die Real Madrid, Dritter, von Barcelona, Ester, trennen, doch die Saison ist lang und mit einem Özil in dieser Form und dem Glanz von Mandy ist die Überraschung vielleicht noch möglich. Mandy und Özil, das neue Traumpaar des Fußballs? Werden wir die Sängerin bald öfter neben Topmodel Lena Gerke, der Freundin von Sami Kedira, Platz nehmen sehen? Wir hätten nichts dagegen und würden es dem jungen Pärchen nach ihren letzten, weniger erfreulichen, Beziehungen sehr gönnen. Nach dem Liebesaus 2010 mit Anna Maria, der Schwester von Sarah Connor, die jetzt mit Bushido verheiratet ist, wäre Mandy die erste neue Liebe an der Seite von Mesut Özil. Auch Mandy täte Mesut nach ihrer letzten Beziehung zu Rappercaywenn sicherlich gut. Das Single-Leben der beiden scheint ganz bald ein Ende zu finden. Liebe beflügelt und Mandy verleiht Madrid und Özil Glanz. Ein Traumpaar im siebten Fußballhimmel, Özil wandelt jede Aktion in ein Denkmal für Kreativität und Präzession, Marker. Nach dem letzten Spiel von Real Madrid gegen Valencia überschüttete die spanische Presse unseren Kicker mit Lobeshymnen. Die Liebe zu Mandy Graciel Capristo, wie sie vollständig heißt, entfacht beim 24-Jährigen völlig neue Kräfte. Das neue Traumpaar im Fußball scheint gefunden worden zu sein und die beiden schwäben schon jetzt im siebten Fußballhimmel. Händchenhaltend schlendern Mandy und Özil durch Madrid, werfen sich immer wieder verliebte Blicke zu. Der Glanz in ihren Augen war kaum zu übersehen, nur der erste öffentliche Kuss blieb, vorerst, noch aus. Neben Sami Kedira und Lena Gerke, der ersten Gewinnerin von Germany's Next Topmodel, darf sich Madrid auf ein zweites deutsches Liebespärchen freuen. Wir wünschen Mandy und Özil alles Gute und dass ihre Liebe auf ewig halten wird.